Ich finde, wir haben eine richtig gute Balance hingekriegt im Arbeitsmarkt, nämlich für einen beweglichen Mittelstand, der hoch innovativ ist, der muss sich ja auch global behaupten, aber für die Beschäftigten, die dort arbeiten, die richtigen sozialen Leitplanken, zum Beispiel beim Thema Leiharbeit oder Werkverträge. Ich finde es in Ordnung, wenn hart gearbeitet wird, aber es muss auch fair zu gehen.